Technical SEO ist so viel Theorie und ich brauche irgendwie mehr Praxis, ich brauche Inspiration. Parallel können wir es mal bei den Pagespeed Insights mal reinschmeißen. Es ist Optimierungspotenzial vorhanden. Bei so einer Mega-Navigation die komplette Damen-Mode-Navigation immer mitschleppe. Also ich bin da auch mitunter einfach immer überrascht, dass irgendwie so die HTML-Standards einfach nicht eingehalten werden. Aber wir sehen auch, dass die relativ lange braucht, um übertragen zu werden. Johann, moin. Moin. Herzlich Willkommen. Wer das jetzt zum ersten Mal guckt, wird sich jetzt fragen, was machen die Jungs da und warum sind die im Fernsehen? Das können wir, glaube ich, auflösen, können wir erzählen, was wir vorhaben und was wir machen wollen. Im Detail können wir es gleich, nachdem wir uns vorgestellt haben, noch mal erzählen. Aber am Ende des Tages ist es so, dass ihr genauso wie wir immer nach Beispielen, 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 Technical SEO ist so viel Theorie und ich brauche irgendwie mehr Praxis, ich brauche Inspiration. Wenn wir irgendwelche Workshops machen oder so, ist die Frage nach Beispielen, Beispielen, Beispielen. Könnt ihr nicht noch mal fünf Beispiele dazu bringen? Könnt ihr nicht noch mal zehn Beispiele dazu bringen? Das ist immer am lautesten und das wird euch nicht anders gehen. Ich würde vorschlagen, wir stellen uns kurz einmal eben vor und dann erzählen wir im Detail, was wir vorhaben und was wir machen wollen. Also ich glaube, wir machen das ganz kurz, weil man findet uns im Internet. Aber für die, die uns noch nicht kennen. Also hi, ich bin Sören. Ich bin Geschäftsführer von Odisto. Odisto ist ein technisches Analyse-Tool. Testing, Monitoring findet ihr auf unserer Webseite, wenn es euch interessiert. Ja, Johann, erzähl du doch mal. Du bist Pilot. Nein, nicht ganz. Ich bin Johann. Ich bin Consultant bei Wingman Online Marketing. Wir machen Beratung im Bereich SEO, kommen so ein bisschen aus der technischen Ecke, sind aber technisch wie strategisch unterwegs. Genau. Und wie er uns näher kennenlernen möchte, wir haben einen sehr persönlichen Newsletter, für den man sich hervorragend anmelden kann, um uns näher kennen zu lernen. Ja, perfekt. Super. Genau. Also, wir haben uns überlegt, wenn immer so viel nach Beispielen gefragt wird, dann machen wir doch mal ein bisschen Zeitklinik. Zeitklinik ist aber immer ein bisschen doof, weil wie suchst du dir deine Beispiele raus, um damit arbeiten zu können, sag ich jetzt mal, ohne jemanden irgendwie in die Pfanne hauen zu wollen. Das will man ja gar nicht. Jetzt haben wir, als wir beide uns überlegt haben, was können wir dann da machen und wie kommen wir dann an unsere Beispiele und es wäre ja auch interessant, das vielleicht ein bisschen nach Branchen zu sortieren. Sind wir, oder haben wir uns an den Industriemonitor von uns erinnert. Das heißt, wer das noch nicht kennt, bei uns ist es so, wir haben auf der Audisto-Seite so einen allgemeinen Industriemonitor irgendwann mal gebaut. Es gibt so verschiedene Industrien. Man sieht hier, wenn wir mal Zeit und Laune haben, bauen wir es auch nochmal für die anderen Länder aus. Aber hier gibt es also jetzt verschiedene Branchen. Und was ich aber hier machen kann, ist, ich kann mir also die Player in so einer Branche angucken. Und es gibt auch ganz ausführlich beschrieben, was machen wir denn da überhaupt. Also das heißt, es gibt die Methodologie, was wir da machen, welche Tests laufen da. Wir haben also mit unserer Monitoring-Lösung, haben wir da so verschiedene Tests aufgesetzt. Und das sind alles so Dinge, die, ich würde mal sagen, technische Basics, aber unstrittig. Wenn das kaputt ist, kann mir keiner erzählen, dass das doof ist, äh, nicht doof ist, also dass es kaputt ist, sondern dass das irgendwie sinnvoll ist. Das heißt, wenn es kaputt ist, dann hält sich da irgendjemand an irgendwelche Specs nicht oder, oder, ja, so. Und dann ist es so, dass wir gesagt haben, wir, ähm, wollen gerne was zum Thema Performance machen, weil irgendwie gerade, also von Core Web Vitals bis Page Speed das alles, ja, immer mal wieder hochkocht. Aber jetzt gerade natürlich, weil Google auch jetzt in der letzten Zeit das doch deutlich gepusht hat, diese ganzen Themen, momentan viele das Gefühl haben, sie sollten doch jetzt endlich mal tätig werden. Und, ähm, vielleicht, äh, haben sie einen Schaden davon, wenn sie nicht. Deswegen haben wir gesagt, wir nehmen uns jetzt die E-Commerce-Branche einfach mal raus. Und man sieht es hier oben, es steht immer dabei, wieso sind denn diese Player da drin. Also beispielsweise ist in der E-Commerce so, die sind einfach wegen ihrem Umsatz da drin. Und ich meine, wenn die Top 30 nach Umsatz, die müssen das einfach verkraften, als Beispiel irgendwie herzuhalten. So, wir wollen ja jetzt auch niemanden, wir wollen ja jetzt auch niemanden bashen. Wir wissen auch alle, es gibt immer gute Gründe für alles, manchmal auch nicht, aber oft gibt es auch einfach gute Gründe. Ähm, und wollen jetzt einfach so ein paar Beispiele dazu mal. Beispiele müssen ja auch nicht immer negativ sein. Ähm, es ist nur wesentlich einfacher, sich negativ Beispiele anzugucken, ähm, bevor man sich irgendwie, äh, guckt, was die Positiven denn noch besser machen könnten. Aber wir versuchen auch gelegentlich, äh, positive Beispiele mit reinzubringen, ähm, damit wir nicht nur, äh, die Realität zeigen, wie sie gerade in einem Projekt ist. Das heißt nicht, dass nicht im Hintergrund irgendwie großartige Verbesserungsmaßnahmen laufen oder so, aber wir können sie noch nicht messen, ähm, und das ist immer das Problem, wenn man was von außen beurteilt. Uns fehlen also auch Sachen wie, äh, Search Console, wo man nochmal viel mehr Sachen dann eventuell dazulegen könnte, oder Benchmarks oder Logfiles und all diese Dinge, ähm, fehlen halt bei einem Blick von außen. Das ist ganz natürlich, ähm, hilft oder führt aber dann so ein bisschen zu dieser, äh, wir gucken ein wenig nach Verbesserungspotenzialen und es ist nicht das Ziel, jemanden auf die Nase zu geben oder zu sagen, der ist viel besser als der, sondern zu gucken, dass wir alle was lernen können. Genau. Also, wenn wir was zeigen wollen, dann muss es natürlich irgendwie ein Beispiel sein, wo irgendwas kaputt ist oder irgendwas, was wir von außen beurteilen können, weil in dem Moment, wo es repariert wurde, sehen wir es von außen gar nicht mehr. Das gleiche gilt für den Industriemonitor, also, zum Verständnis, wenn wir uns jetzt gleich, ähm, von den E-Commerce, ähm, Playern welche angucken, dann ist es bei uns in diesem Industriemonitor so, dass wir, ähm, bis zu 10.000 Seiten crawlen. Das heißt, da sind keine vollständigen Crawls, sondern es ist einfach angecrawlt, so ein paar Informationen genügt, aber also für das, was Johann und ich jetzt machen, völlig, um einfach ein paar Beispiele zu finden, äh, und auch irgendwie eine Idee davon zu bekommen, ist es kaputt oder in einem guten Zustand. Ähm, das heißt, wir werden uns ein bisschen an den Daten, die wir da vorliegen haben, bedienen, aber auch an den, äh, kostenlosen Google-Tools, die es so gibt, um einfach ein bisschen zu gucken. Gibt da ja einfach mittlerweile von Google, muss man ja auch sagen, einfach viele, viele Tools und Möglichkeiten, um auch so eine Idee bezüglich der Performance irgendwie zu entwickeln, ohne dass ich jetzt mir irgendein Tool kaufen muss. Man, die kann ich einfach nutzen und die sind auch top mittlerweile. Da hat Google schon viel Mühe reingesteckt. Äh, für Google ist es natürlich auch besser, wenn die Seiten technisch gut aufgestellt sind, weil sie dadurch auch Kosten sparen, aber das nahe ist das Thema. Jetzt ist es so, Johann, Performance und PageSpeed und so, ja, alle wissen irgendwie, ich muss ein bisschen was machen, aber es ist so wie mit SEO, wenn ich ein bisschen was mache, dann reicht das doch. Und häufig ist es so, dass man entweder das Personal nicht hat oder die Ressourcen nicht freigibt, um es irgendwie wirklich gut und sinnvoll zu machen. Oder wie siehst du das? Jetzt bist du gemütet, glaube ich. Ich bin so ein Profi. Anderthalb Jahre Pandemie. Ich fühle mich eigentlich besser so. Anderthalb Jahre Pandemie und ich habe es immer noch nicht gelernt. Aber was, glaube ich, das Bewusstsein ist an vielen Stellen da, dass eine schnelle Seite irgendwie cooler ist als eine langweilige oder langsame. Aber ich sehe häufig, dass die Verantwortlichkeit fehlt. Also du hast irgendwie, theoretisch der Conversion-Optimierer könnte ja sagen, eine schnellere Seite führt dazu, dass wir mehr Geld verdienen. Der Usability-Optimierer könnte sagen, das führt dazu, dass unsere Seite besser auf verschiedenen Endgeräten und in verschiedenen Nutzungsszenarien irgendwie nutzbar ist. Und aktuell ist es so, dass sich meistens CEOs den Schuh anziehen und sagen, wenn wir die Ladezeiten verbessern, und dann wirkt das positiv auf unser Ranking, weil Google gesagt hat, Ladezeiten sind wichtig. Dabei könnte es genauso gut in allen anderen Kanälen irgendwie aufgehangen sein. Auch beim Dev-Team könnte es genauso gut aufgehangen sein, weil Developer sagen, ich will stolz auf das sein, was ich da gebaut habe. Und dazu gehört, dass es möglichst schnell lädt, weil diese technische Optimierung halt ist, das ist schon cool, sich da sehr reinzufuchsen. Und ich glaube, so ein bisschen landet es jetzt beim SEO, weil der SEO sagt, ich habe das Skillset, das ich brauche. Das heißt, ich kenne mich mit Browser, Serverkommunikation und HTML aus und ein bisschen JavaScript muss ich auch lernen. Deswegen landet das irgendwie nachher oder ist uns das Thema nah. Und was jetzt aktuell nochmal dazu kommt, ist, dass wir als SEOs immer sagen, ja, hier könnte man was besser machen und so, aber es fehlen so die Benchmarks und Beweise, was ist denn eigentlich ein guter Wert? Und jetzt hat Google uns da Werte hingeworfen und hat gesagt, hier, den CLS musst du auf 0,1 haben und den LCP musst du auf 2,5 haben und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir zwei Sachen, die zusammenkommen. Wir haben ein Skillset und wir haben einen Benchmark, nach dem wir irgendwie immer gelächzt haben. Und das macht es halt für uns SEOs relativ attraktiv, da reinzugehen, obwohl das eigentlich keine SEO-Maßnahme sein sollte. Aber ich glaube, du hattest dir noch ein paar Zahlen rausgesucht. Ja, mit den Verantwortlichkeiten ist ja eh so ein Thema. Also manchmal wundert man sich, wenn du dann irgendwie eine Paid-Kampagne hast, die irgendwie richtig Geld rausbläst, aber die Paid-Abteilung sich nicht dafür verantwortlich fühlt, zu überprüfen, ob die Landingpages dann auch verfügbar und erreichbar sind, so nach dem Motto. Und im Zweifelsfall irgendwo Geld rausblasen und Traffic auf Seiten schaufeln, die irgendwie gar nicht mehr funktionieren oder so. Da wundert man sich dann manchmal schon. Also ich glaube, dass in diesem ganzen Zusammenspiel, es ist einfach komplex, häufig aber auch so ein bisschen Management-Fehler gemacht werden, dass einfach die Übersicht so ein bisschen fehlt. Aber genau, wir haben, ich habe noch ein paar Zahlen rausgesucht, weil ich erlebe es immer wieder, dass dieses, ja, wir reden über irgendwelche Performance-Zahlen und wir müssen irgendwie Page-Speed irgendwie erhöhen. Was bringt uns das denn? Und das Einzige, was ich immer sehe an irgendwelchen Zahlen, sind diese Zahlen von Amazon, die, glaube ich, inzwischen auch schon zwölf Jahre alt sind oder sowas, ja, wo Amazon vor zwölf Jahren schon gesagt hat, dass irgendwie 100 Millisekunden bei ihnen irgendwie ein Prozent irgendwie an Verkäufen irgendwie ausmachen. Ich aber immer mal wieder erlebe, dass es auch leider SEOs gibt, die Themen auf der Agenda haben, auch eine Idee haben, wie sie es verbessern wollen, aber auch Schwierigkeiten haben, dafür das Budget irgendwie zu bekommen, weil sie nicht so genau wissen, wie sollen sie es kommunizieren und im Vergleich zu anderen Kanälen einfach immer den kürzeren ziehen. Und es muss ja nicht nur die Zahlen von Amazon sein, ich habe jetzt ein paar weitere Zahlen rausgesucht, die mal so kommuniziert wurden, auch von anderen Brands, und das geht eigentlich alles in eine ähnliche Kerbe. Also wenn man guckt, Walmart sind wir auch bei 100 Millisekunden, auch ein Prozent Sales mehr, und irgendwie jede Sekunde, die sie irgendwie die Ladezeiten verbessern, irgendwie plus zwei Prozent Conversions. Das bricht natürlich dann irgendwann ab, das ist nicht linear unendlich, es ist völlig klar, aber wenn ich jetzt einen Shop habe, der irgendwie schlecht performt, und gerade jetzt das Mobile-Thema, ich meine, da ist jetzt irgendwie Core Web Vitals und so, und Mobile Indexing ist jetzt auch irgendwie was, was jetzt wieder hochgekocht wird, am Ende des Tages, wissen wir seit irgendwie zwei Jahren, dass das irgendwie Thema ist, und alle immer, ja, mach ich nächstes Jahr, mach ich nächstes Jahr, und jetzt sind irgendwie andere Dinge. Jetzt ist Corona gewesen, oder immer noch, aber bei einigen Teams hat es dazu geführt, dass die irgendwie Freiheiten bekommen haben, also wir haben bei unseren Kunden, haben wir Teams dabei, wo das Management quasi Parole rausgeben hat, okay, die Kennzahlen sind jetzt eh verschoben, wenn ihr jetzt ein halbes Jahr lang machen könntet, was ihr wolltet, und müsst nicht auf eure Kennzahlen und KPIs irgendwie gucken, was würdet ihr denn tun? Mach mal ein Konzept, mach mal einen Plan, und dann haben sie Budget verteilt. Und da gibt es jetzt wirklich einige, die große Umbauten jetzt gemacht haben, die sie sonst im laufenden Betrieb niemals gemacht hätten. Das ist natürlich dann ein bisschen von deinem Unternehmensfunding und so abhängig, ob du dir das leisten kannst. Oder wenn man jetzt guckt, also Mobile, zwei Sekunden irgendwie Ladezeitverbesserung, irgendwie fast doppelte Mobile Conversions, also jeder weiß das auf seinem Handy. Wenn ich jetzt irgendwie auf dem Telefon irgendwas mache, man ist verwöhnt einfach mittlerweile. Es gibt so viel Auswahl. Da sind die wenigsten Seiten oder Shops, wo ich irgendwie gewillt bin, das zu akzeptieren. Und da wundert man sich doch manchmal, warum das denn nicht verbessert wird, gerade wenn es irgendwie genügend Zahlen gibt, wo ich sagen kann, naja, die haben es belegt, bei ihnen war es so, warum soll es denn bei uns anders sein? Selbst wenn du dann sagst, irgendwie, vielleicht kriegen wir nicht irgendwie 10% mehr Conversions, wie das jetzt bei Staples der Fall ist, vielleicht wird es bei uns irgendwie 5% sein, kann ich mir trotzdem ausrechnen, was wäre das denn dann an Budget? Und wie schnell würde sich das amortisieren, wenn ich jetzt mal irgendwo 10.000 Euro reinstecke? Ist das denn was, was du jetzt so in der Consulting-Tätigkeit auch erlebst, dass da einfach teilweise die Fantasie fehlt oder manchmal du eigentlich gar nicht mit Know-how beraten musst, sondern eigentlich nur quasi als Externer, dass deine Meinung irgendwie wertvoller ist als die von dem In-House-Seo? Das ist ganz, ist glaube ich ganz unterschiedlich, was da irgendwie funktioniert oder nicht. Häufig ist es ja, also natürlich hat man gelegentlich die Alibi-Funktion, also dass jemand ankommt und sagt, kannst du mir mal bitte einen Audit schreiben? Ich habe ermittelt, dass das und das und das und das das Problem ist und das sind meine Tickets, aber ich kriege es gerade nicht durch, aber ich habe Budget für Beratung durchbekommen und hinterher kann ich hingehen und sagen, das Budget für Beratung hat sich nicht gelohnt, wenn wir nicht in Umsetzung gehen. Bitte danke. Das kommt auch gelegentlich mal vor. Das heißt, da ist dann so ein bisschen das Wissen eigentlich im Unternehmen schon vorhanden, kann sich aber nicht durchsetzen. Ganz oft ist es aber so, dass ich, du befindest dich ja immer im Wettbewerb mit irgendwie Pixelschubsen, du befindest dich im Wettbewerb mit Umsatzzahlen, du befindest dich im Wettbewerb mit neuen Erlöskanälen, Strömen und so weiter und so fort und da ist es natürlich, manche Sachen sind halt einfacher zu belegen an Umsatz als andere. Gerade auf dem PageSpeed-Teil trifft es aber eigentlich nicht zu, sondern da ist eigentlich überall belegt, was es bringt und dass es was bringt und von daher ist es eigentlich erstaunlich, wenn sich die PageSpeed-Geschichte nicht durchsetzen kann, sondern es ist eher eine Frage von Awareness und Ownership. Also, dass jemand das Thema in die Hand nimmt und sagt so, ich will das jetzt verbessern. Und wie du richtig gesagt hast, die Optimierung ist halt irgendwann auch endlich. Also, wenn die Seite, die schnellste Seite ist am besten leer, hat kein HTML und so weiter, kein JavaScript, kein CSS, aber da kannst du dann halt auch wenig machen, ist dann auch klar, dass das nicht funktioniert und dass man immer so einen Wettstreit hat zwischen, welche Feature sind auf der Seite und wie schnell muss das Ganze sein und ausliefern und welcher Priorität und wie orchestriere ich das, ist aber weniger das Thema, um das wir uns kümmern sollen, sondern wir wollen uns ja vor allem kümmern um die Frage, wie kann ich das, was da ist, eventuell schneller machen. Ja, und also, genau, also ich glaube auch, dass es häufig damit zusammenhängt, welche Personen versuchen die Themen irgendwie im Unternehmen voranzutreiben, aber generell ist, manchmal so ist im SEO, dass gerade auch Inhouse-SEOs so ein bisschen so dieses, wie soll ich sagen, also ich als Unternehmer, wenn ich irgendwo ein Funding haben will oder ich will irgendwie ein Konzept machen und brauche irgendwie dafür Geld, dann muss ich auch irgendwie für fünf Jahre einen Plan aufstellen und das weiß jeder, natürlich kann ich nicht perfekt abschätzen irgendwie, wie sich gewisse KPIs in drei Jahren entwickeln, aber ich muss sinnvolle Annahmen einfach treffen und je mehr ich irgendwie die Annahmen mit Daten irgendwie verbinden kann und unterfüttern kann, umso besser und ich brauche einfach ein intelligentes Modell, was nach bestem Wissen und Gewissen und natürlich irgendwie mit Daten irgendwie funktioniert. Ich habe noch, neben diesen Zahlen, habe ich noch von 2017, das ist eine Akamai-Studie, State of Online Retail Performance, wo es um Ladezeiten und Conversion geht und man sieht also, die Zahlen müssen nicht immer zwölf Jahre alt sein, sondern es gibt auch aktuelle Zahlen. Ich sehe sie irgendwie nur viel zu selten und natürlich ist es so, dass es auch viele Unternehmen gibt, die eigene Zahlen haben, die sie leider nicht kommunizieren. Aber was, der einzige Punkt, den ich da noch herausstellen will und dann würde ich sagen, gehen wir mal in ein paar Beispiele rein, ist, dass man sieht, dass die Conversion-Prozentzahlen doch schon deutlich unterschiedlich sind. Das heißt, ich habe immer Durchschnittswerte, natürlich, aber wenn ich jetzt Seiten habe, die schnell laden, dann ist es mitunter so, dass die Conversion dort deutlich höher ist. Und was sie gemacht haben, ist, sie haben quasi hier sich die Peak-Performance bei der Conversion angeguckt und haben mal geschaut, wie schnell sind denn die Ladezeiten. Und jetzt ist es natürlich so, dass du siehst, okay, auf Mobile ist irgendwie die Conversion niedriger und die Ladezeiten sind natürlich irgendwie höher, weil wenn ich jetzt irgendwie keine tollen, mobil optimierte, ganz, ganz schnelle Seite habe, ja, aber, also, du hast ja schon gesagt, von Google gibt es jetzt Benchmarks. Es gibt auch andere Studien, die als Benchmark irgendwie dienen können. Ich muss sie halt nur nutzen und muss sie irgendwie raussuchen. Muss einfach dann gucken, wie kann ich das für mich gewinnbringend in Anführungszeichen irgendwie verwenden. Gut, wir würde ich sagen, steigen mal bei den Beispielen ein. und zwar haben wir uns, glaube ich, als erstes Beispiel, haben wir uns hier A und M rausgesucht. Das heißt, wir gehen jetzt nicht auf die ganzen einzelnen Punkte an, sondern ich würde sagen, wir gucken einfach mal in die, wir gucken einfach mal in die Daten einfach rein, wir gucken einfach mal in die, in die Performance Hints und so, was wir irgendwie haben, einmal rein und gucken einfach, was wir an Beispielen haben, was so die Idee ist und dann gehen wir auf die Seite einmal drauf und gucken wir mal. Was wollten wir machen? Genau, wir wollten zum Beispiel einmal auf die Performance Hints gucken. Da kann man mal schauen, was wir da so angezeigt bekommen. So, jetzt hat man schon mal eine Idee davon. Die Seiten sind also relativ groß. Den Bildern fehlen die Größenattribute, Skripte, CSS sind Themen, Kompression ist so ein Thema. In dem Industriemonitor selber haben wir jetzt keine, keine, keine Filterung hier, dass wir irgendwie Cluster zur Verfügung hätten oder sowas. Aber hat man mal eine, in etwa mal eine Idee davon? Was ich spannend finde, an der Stelle ist, dass wir hier nicht, also es gibt offensichtlich ein Longtail-Thema. Also wir sehen, dass diese, diese Kurve mit den Response Times nach hinten relativ lange ausfasst. Und das sprich, also da bräuchte man einen vollständigen Crawl und so eigentlich nochmal, oder Blockfall-Daten oder wie auch immer, um das nochmal zu validieren. Aber man sieht richtig schön, dass es offensichtlich gut gecachete Seiten gibt, die sehr schnell ausgeliefert werden. Und dann gibt es weniger gut performende Seiten, die nach hinten so ausfransen und immer langsamer werden, je seltener sie aufgerufen werden. Das ist auf jeden Fall sofort auffällig. Es ist ja auch häufig so, dass du, wenn du, also deswegen sollte man ja auch seine Seite anständig segmentieren, aber dass du einfach einzelne Seitentypen hast, die einfach nicht gut funktionieren. Also häufig hast du ja auch sowas, guckst du auf eine Seite und sieht erstmal so ganz okay aus. Also es gibt Seiten, die sehen noch besser aus als H&M jetzt hier, sind irgendwie, wenn du oft über alles guckst, und denkst du, 90% grün ist doch prima, läuft alles. Und dann hast du irgendwie ein Cluster für die Kategorie-Seiten und guckst du die Kategorie-Seiten an und die sind unterirdisch, weil das System irgendwie nicht sinnvoll zusammenbaut oder so. H&M direkt mal auf die Seite gucken. So, es ist Sommer, wer es noch nicht gemerkt hat. Im Werden, ja. Genau. So. Was, wir können das parallel, können wir es mal bei den PageSpeed Insights mal reinschmeißen und wir gehen nochmal auf die Seite zurück. So, also wir haben jetzt die Startseite, das ist jetzt die deutsche Startseite, was bei den Fashion-Shops natürlich irgendwie auffällt, viele, viele Bilder, ja. Wahrscheinlich bei der Startseite müssen sich die SEOs mit Brand irgendwie kloppen. Naja, und beim Brand, du hast ja die einzelnen Produktabteilungen, ne. Also die Verantwortlichen für die einzelnen Abteilungen kloppen sich ja auch immer um den Startseitenplatz. Also letzten Endes ist die Startseite ja für SEOs relativ uninteressant, weil sie ihren Traffic sowieso einsammelt und als Link-Hub nochmal irgendwie ganz nett ist, aber ansonsten nicht, in den meisten Fällen kein eigenes Ranking mitbringt. Aber diese, dieser politische Wettkampf führt halt immer dazu, dass du ganz viele Sachen parallel auf der Startseite machen willst und die einen häufig total verwirrt und dann hast du Slider, weil alle Abteilungen sagen, wir wollen der Erste sein im sichtbaren Bereich und dann wird gesagt, okay, dann machen wir einen Slider, dann könnt ihr da durchwandern und so. das ist schon immer ziemlich auffällig. Deswegen finde ich die Startseite gar nicht so interessant. Vielleicht können wir parallel irgendwie nochmal Badeshorts kaufen oder so. Wir können ja mal einmal eben auf die Startseite drauf gucken, die ist jetzt auch es ist Optimierungspotenzial vorhanden. Performance-mäßig jetzt fünf von hundert Punkten. Ja, ich meine, das ist beim Pale Speed Insights, bleib nochmal ein Stück oben bitte, ist das ja immer so ein bisschen so ein Punkt, das kann halt auch mal schwanken und so. Deswegen finde ich es total cool, dass da jetzt auch die Core Web Vitals Daten von echten Nutzern irgendwie mit drin sind und was ich hier beeindruckend finde, ist der CLS-Wert von 1,89. Also das ist schon exorbitant hoch. Fällt auf, auch wenn es jetzt nicht so, das ist jetzt, der CLS-Wert ist eigentlich derjenige, mit dem wir uns heute am wenigsten beschäftigen werden, aber der ist schon beeindruckend hoch. Ja genau, also Core Web Vitals könnten wir einen extra Talk dazu machen. Wir werden das absichtlich ausklammern und versuchen uns einfach auf die restlichen Performance-Themen zu beschränken. Sonst seid ihr morgen Abend noch da. Das wäre nicht schlimm. Da müssen wir es auseinanderschneiden, Teil 1, 2, 3, 4, 5. Dann lassen Sie sich beim nächsten Mal ein anderes Thema oder eine andere Branche nehmen. Mal gucken. Lass uns mal runterscrollen, mal gucken, was wir finden. So. Ja, wichtige Anforderungen vorab laden, das ist natürlich irgendwie easy win. Also, da ein bisschen Prefetch und Preconnect irgendwie reinpacken und mal zu gucken, dass man die richtigen Sachen dann vorab bekommt. Das ist easy. Wenn es nur eine Datei ist, ist es sogar. Okay, wow. JavaScript Magic. Da darf man dann diese Datei mal ein bisschen anfassen und mal durch die Gegend rödeln. Mal gucken, was da passiert. Insgesamt JavaScript, aber das ist halt häufig so, kommt ganz oft bei dem Test irgendwie raus, dass das Probleme verursacht. Ja, AB-Testing, Klassiker. So, Code von Drittanbietern. 1140 Millisekunden. Optimously hier. Anstelle 1, ne? Das ist häufig so. da findest du Field Tracking und so, aber AB-Testing hat nochmal so eine besondere Bedeutung, weil eigentlich alle AB-Testing-Tools eine Möglichkeit haben, dass du die Auslieferung der Seite künstlich blockierst, bis du weißt, was denn in der Testvariante steht, damit du nicht den Fall hast, dass die Seite normal lädt in blau und dann kommt ein Test, der die Seite rot anmalt und dann springt alles durch die Gegend und fällt dem Nutzer auf und damit du das umgehen kannst, blockieren die häufig nochmal ein bisschen absichtlich. An der Stelle ist es ja aber vor allem dann... Die Frage an der Stelle für mich ja auch wäre dann, also kommt auf an, was ich testen will, aber wahrscheinlich ja auch technisch die Möglichkeit hätte, Google da ein bisschen außen vor zu lassen. Ja, Google außen vor zu lassen oder überhaupt zu überlegen, wie denn das Test-Setup insgesamt aussieht. Also man muss ja einen Test nicht zwangsläufig per JavaScript über die Seite bügeln und je nachdem, wie wichtig testen für meine Seite ist, kann man da schon nochmal länger drüber sprechen, ob jetzt irgendwie Developer Convenience, das ist, was die Testvariante irgendwie entscheiden sollte. Weil was auch immer wieder auffällt, es gibt viele, viele Shops, die einfach die, sich die Mega-Navigation bauen. Das geht sogar hier noch, das habe ich schon schlimmer gesehen. Ich hatte letztens, habe ich einen Shop in einer Analyse im Audacity Tool, die hatten auf jeder einzelnen Seite über 1500 interne Links drauf, weil die sich einen riesen Footer gebaut haben, eine riesen Mega-Navigation, wo alles irgendwie drin war und es alles auch so unübersichtlich war, dass man sich die Frage stellen musste, könnte ich das selber überhaupt benutzen? Also da hat sich irgendjemand gedacht, für die interne Verlinkung ist das super, einfach alles anzulinken und das muss nicht unbedingt sein. Du hast ja jetzt gesagt, du brauchst neue Bade-Shorts, ne? Ja, und wir gucken mal auf so eine Unterseite. So, dann schmeißen wir die auf jeden Fall auch nochmal bei den Page-Speaks rein, was ja oft auch so ein Thema ist, wenn sich jetzt jemand so eine Super-Navigation baut, wir gucken einfach auch mal in den Quellcode rein, ist natürlich auch dieses, was schleppe ich denn dann überhaupt immer mit, ne? Wenn ich jetzt als Mann mir Herren-Badehosen kaufe und bei so einer Mega-Navigation die komplette Damen-Mode-Navigation immer mitschleppe, wäre es mal eigentlich nicht so geil, oder? Naja, also ich habe ja keine Ahnung von Link-Building, aber ich glaube, im Link-Building haben wir gelernt, dass Links von themenrelevanten Seiten und naher thematischer Verwandtschaft mehr wert sind als andere. Würde jetzt für mich keinen Sinn ergeben, dass das Mobile anders, dass das anders ist bei interner Verlinkung. Von daher, dieses Siloing ist auf jeden Fall ein Punkt, der sinnvoll ist. Gerade, wenn ich jetzt einen E-Commerce-Shop habe, immer eine gute Idee, darüber nachzudenken, brauche ich denn alle Daten an allen Stellen oder macht es denn gegebenenfalls Sinn, auch irgendwo über das Siloing einfach Dinge auszuklammern? Weil die Seite wird ja nicht besser, dadurch, dass ich einfach möglichst viel lade. Wo haben wir denn jetzt die RageSpeed-Infektion? So, das ist jetzt die Unterseite. Genau, das ist auch noch verbesserungswürdig, definitiv. Wenn es mal runtergucken. Spannend, dass der CLS-Wert hier schon mal direkt irgendwie besser ist als auf der Startseite, das heißt, irgendwie so ein Startseiten-Fix-Thema, gucken wir uns aber nicht weiter an. Aber wenn du hier unten guckst, ne, First Paint und so. Nicht verwendetes JavaScript, 3,6 Sekunden. JavaScript und CSS ausmisten, die sind Pain-Aufgaben. Das ist der Hotfix. Anscheinend gab es mal einen Hotfix. Ja, das ist so, wenn Dinge mit heißer Nagel gestrickt werden und das Provisorium dann doch zu lange hält. So, und nicht verwendetes nicht verwendetes CSS, da ist auch irgendein Hotfix drin, aber generell, Johann, von dem, also, ich habe ja verschiedene Möglichkeiten, wenn ich jetzt einen E-Commerce-Shop habe, sowas aufzubauen. Ich kann sagen, ich packe das alles irgendwie inline in die einzelne Seite rein. Ich kann sagen, ich habe irgendwie eine Datei, die für den ganzen Shop gilt oder ich könnte natürlich auch sagen, ich grösel das ein bisschen auseinander und weiß zum Beispiel, dass ich in einem Unterbereich meiner Seite nur bestimmte Dinge benötige und habe quasi verschiedene Dateien, die verschiedene Dinge irgendwie surfen. Was denkst du, was kann da so eine generelle Empfehlung sein? Wie geht man da ran, um festzustellen, was ist der beste Weg? Also, da hat sich in den letzten Jahren ziemlich viel geändert im Vergleich zu, also früher hat man ja immer gesagt, mach möglichst große Dateien auf einer Subdomain oder einer separaten Domain, damit die separat geholt werden können und du nicht viele verschiedene Verbindungen aufbauen musst. Mit HTTP 2 haben wir das ganze Spielchen ja geändert und haben gesagt, okay, am besten holst du alles von einer Subdomain und du holst halt, kannst halt viele kleine Dateien ausliefern, weil die kein Overhead mehr darstellen. Sondern du kannst sagen, okay, ich habe ein CSS für meine Hauptnavigation, das brauche ich irgendwie immer. Ich habe ein CSS für den Footer, das brauche ich möglicherweise auch immer, aber ich kann die separat voneinander ausliefern, weil die quasi, dass kein Overhead mehr darstellt gegenüber einer großen Datei. Von daher würde ich jetzt immer reingehen und versuchen, das Ganze so modular wie möglich aufzubauen, damit du nur die Daten laden musst, die du wirklich brauchst. einer der größten Performance-Hebel ist ja immer, dass du nur das lädst, was du an der Stelle wirklich benötigst und nur zu dem Zeitpunkt, zu dem du es benötigst. Also Bilder nur zu laden, wenn sie auch wirklich in Gefahr laufen, angezeigt zu werden und nicht die großen Zahlungsinformations, oder die Zahlungsinformationsbilder unten im Footer, die brauche ich halt nicht, wenn der Nutzer sich gerade erstmal den Head-Breich anguckt und ich gar nicht weiß, ob der so weit runter scrollen wird. Und Produktbilder, wenn nicht klar ist, dass der Nutzer die Produktliste wirklich benutzt und benutzen wird, sondern eigentlich noch auf dem Navigationsweg ist, brauche ich die vielleicht auch nicht. Und ähnlich ist es halt beim CSS und JavaScript auch. Das heißt, wenn ich das Ganze möglichst modular aufbaue und nur du die Dinge lade, die ich wirklich brauche, dann spare ich mir schon mal einen wesentlichen Overhead A im Bereich der Leitungskapazitäten. Also ich muss viel weniger Dateien durch die Leitung schicken, aber B, und das ist der viel entscheidendere Punkt, für die langsamen Smartphones, habe ich auch deutlich weniger Zeug, das sie zusammenbasteln und auswerten müssen, weil das ganze CSS und das ganze JavaScript, das muss ja zumindest erstmal entpackt und verarbeitet werden in der Form, dass ich gucke, brauche ich das oder brauche ich das nicht. Und da kann man schon extrem viel rausholen, wenn man da sich das Zeug spart. Und wenn dann so viel JavaScript geladen wird, das gar nicht gebraucht wird und trotzdem ist JavaScript Probleme verursacht, da muss man halt glaube ich nochmal ein bisschen intensiver ran gehen. Und hier ist ein schönes Beispiel, das sieht man sehr gut, wenn du jetzt schon so scrollst, dann sieht man ganz viel JavaScript und CSS inline in der HTML-Datei, wo man auch nochmal sagen kann, Mensch, das hat da eigentlich nicht zwangsläufig was zu suchen, sondern das kannst du genauso gut in einzelne Dateien auslagern, das meiste davon, und dann laden, wenn du es wirklich brauchst, beziehungsweise bei Bedarf. Klassisches Beispiel für Daten, die ich eventuell nicht brauche, ist auch aus SEO-Sicht zum Beispiel das hreflang. Also das ist jetzt kein großer Datenblock, den ich unbedingt... Kommt auf die Seite drauf an. Ja, gut, aber das komprimiert sich relativ gut. Aber trotzdem, da 20 hreflangangaben ins HTML zu packen, ist halt SEO-convenient, weil ich dann das hreflang besser mir anschauen kann und gucken kann, ist es denn valide oder nicht im Vergleich zu Sitemaps. Aber es fügt halt zusätzliche Daten dem HTML hinzu, die eigentlich für die meisten Nutzer nicht unbedingt hilfreich sind und relevant. Das hat ja auch teilweise was dann damit zu tun, wie ich... Also was für eine User-Journey ich habe, ne? Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie eine Seite habe, wo ich davon ausgehe, es kommt jemand über die Suche, der landet auf einer Seite, dort bleibt er, er findet, was er sucht und der guckt sich keine weiteren Seiten mehr an, dann ist ja der Ansatz, gegebenenfalls das irgendwie auf die Seite mit drauf zu packen, vielleicht ja auch noch irgendwie valide, aber in dem Moment, wo ich der Meinung bin, mein Angebot ist so attraktiv oder wenn ich jetzt ein Fashion-Shop bin, würde ich jetzt erwarten, dass der Shop so aufgebaut ist, dass das auch zum Stöbern einlädt. Also wenn er jetzt irgendwie von mir aus sich irgendwie für Badehosen interessiert, vielleicht auch über die Suche gekommen ist, dass er aber auch irgendwie noch einen Teaser für Polos oder irgendwas mitbekommt oder einfach eine Idee davon hat, was ist denn jetzt irgendwie an Sommerkleidung sonst noch irgendwie dann da, dann macht das Auslagern halt in andere Dateien auch einfach deutlich mehr Sinn. Denkst du denn? Ja, aber das ist ein, das ist auch, da drüber steht ja noch ein allgemeiner Denkfehler, der ganz häufig beim Entwickeln von Webseiten passiert, nämlich, dass du von der Startseite aus planst, deine kompletten Customer Journeys. Also, hat jetzt mit Ladezeiten dann nur begrenzt, was zu tun, aber ganz häufig erlebe ich, dass die Website halt geplant wird von der Startseite und dann kriegt man da hin und dann kommt man da hin und dann kommt man in die Kategorie und dann macht man das und die ganze Architektur der Seite wird so geplant und vergisst völlig, dass Leute mit dem Hubschrauber irgendwo mittendrin abgeworfen werden auf einer Produktdetailseite oder auf einer Kategorieseite und dass die Customer Journey von da aus halt genauso stimmen muss und dann alle Hauptnavigationspunkte oder die Hauptnavigation mit allen Kategorieseiten und Unterkategorieseiten voll zu stoppen, ist halt dann nicht das, was irgendwie eigentlich gemeint ist mit zum Stöbern einladen. Ja, also ich glaube einfach, wenn jemand irgendwo in so einem Silo drin ist, auch diese Komplettnavigation, das ist ja völlig in Ordnung zu zeigen, es gibt andere Dinge und wenn ich dort klicke und kriege dann sozusagen mehr Informationen oder kriege irgendwie sinnvoll irgendwie Kategorien aufbereitet oder sowas. Es führt in der Planung der Seite dann aber auch häufig dazu, dass du dich darauf verlässt, dass die Hauptnavigation so aussieht. Deswegen ich meistens, wenn wir uns irgendwie Navigation uns anschauen, sage ich, okay, lass uns mal Hauptnavigation Hauptnavigation und Footer komplett weglassen, wir gucken uns die Seite mobil an und versuchen dann durch die Seite zu navigieren und jede Seite zu finden. Wenn dir das gelingt, dann ist die Hauptnavigation halt ein schönes Add-on und da kann man dann irgendwie ein paar Sachen zusätzlich reinpacken, aber damit ist auch geklärt, dass wenn du auf Herren klickst, du eine sinnvolle Seite bekommst, von der du vernünftig weiterverteilt wirst in die Tiefe der Herren Rubrik und die nicht wie häufig irgendwie einfach schon Produkte anzeigt und dich in die Tiefe führt, obwohl du noch gar nichts über den Nutzer weißt und weißt, ob der jetzt einen Anzug, Bademode oder ein paar Schuhe haben will oder sich verlaufen hat und eigentlich zu daben möchte. Ja, also hier gibt es auch irgendwelche Trends und die weiteren Produkte und so, die virtuelle Bundesliga. Aber ja, also ich meine, da wollen wir gar nicht weiter drauf eingehen, weil wir jetzt das Performance-Thema eigentlich uns näher angucken wollten, aber wir können auch mal zu Strukturanalyse oder so mal uns unterhalten. Also da sehen wir ja nun auch häufig mit den Page-Track-Flow und sonstigen Analysen, die wir in Audisto haben, dass da die eigene Wahrnehmung und die technische Realität einfach deutlich auseinander geht. Also wenn jemand sich mit Strukturanalyse oder jetzt auch sowas wie jetzt so eine Navigation oder sowas irgendwie beschäftigt, dann sage ich immer, bevor du in die Daten guckst, nimm dir mal ein weißes Blatt Papier und schreib das mal so auf, wie du denkst, wie das ist oder wie es sein sollte. Und mach das, bevor du dir irgendwelche Daten anguckst. Und dann guckst du auf die Daten und dann hältst du es mal nebeneinander und dann wirst du feststellen, ganz oft, dass das einfach die technische Realität einfach ganz anders ist, weil entweder der, der das damals gebaut hat, das nicht verstanden hat oder aber die in der Konzeption einfach dann Fehler gemacht wurden. Da können wir ein paar schöne Takeaways mitnehmen nochmal von H und M. Also das eine, das, Challenge, dein AB-Testing. Das zweite, in die Dateien reinpacken, was da zwangsläufig notwendig ist, um es zu benutzen. Und drittens, modular aufbauen, wenn du unter HTML2 arbeitest, dann kannst du davon profitieren, dass du nur die Dinge ins HTML aufnimmst, die da drin sein müssen und dass du dein CSS nicht in einer riesen Datei auslieferst, sondern für die einzelnen Funktionalitäten, also keine Ahnung, ein Teaser-Block, ein CSS und ein Teaser-Block für Text, ein Teaser-Block für Hauptnavigation und dann kannst du die einzelnen Sachen dir modular zusammensammeln und hast auch am Ende viel weniger Probleme, das CSS aufzuräumen, weil dir irgendein SEO-Consultant sagt, dass du zu wenig von deinem CSS benutzt. Ja, und auch vielleicht einfach in dieser Customer-Journey einfach auch technisch-strategischer irgendwie ranzugehen und sich wirklich dann zu fragen, wo brauche ich denn jetzt irgendwie welche Inhalte auch und vielleicht auch sehr skeptisch mit so einer Mega-Navigation irgendwie umzugehen. Ich meine, wenn ich schon irgendwie AB-Testing habe, dann kann ich das ja auch mal nutzen, um irgendwie so Performance-Sachen irgendwie zu testen, um zu schauen, nimmt die Conversion denn jetzt wirklich ab, wenn ich irgendwie im Herren-Silo drin bin und irgendwie die Damen-Navigation rauslasse oder so. Auch einfach zu testen. Wenn ich dann keine Änderungen feststelle, dann ist es technisch vielleicht besser, das anders zu machen. Generell ist ja so, das muss man auch sagen, dass diese Page-Speed-Insights und die Tools von Google und so es auch für kleinere Unternehmen eigentlich einfacher machen mittlerweile, wenn sie denn technisch irgendwelche Dinge umsetzen lassen, irgendwelche, ich sage mal so, so Basis-Kriterien dranzulegen. Also ich hatte jetzt gerade wieder den Fall, wo ein Bekannter von mir, der bei so einem mittelständischen Unternehmen ist, die lassen sich jetzt gerade eine komplett neue Webseite bauen von der Agentur. Und er sagt, ja, wir haben eigentlich keine Ahnung davon. Ich sage, du, das ist gar nicht so schlimm. Überlegt euch halt, was denkt ihr, wie soll das irgendwie von einer User-Journey sein? Und ansonsten schreibt ihr irgendwie rein, dass irgendwie die Google-Tools 80% irgendwie erreichen müssen oder so. Da weißt du, es ist technisch sauber und nicht, weil sie faul sind, haben sie mit irgendwelchen Frameworks gearbeitet, die irgendwie die Performance runterziehen oder sowas. Passt. Das ist bei kleinen Seiten ja auch völlig legitim, weil bei kleinen, also klein ist immer die Frage, wie man das definiert, aber häufig ist es ja so, wenn die Domain nicht so wahnsinnig riesig ist, dass die technischen Veränderungen gar nicht so gut skalieren, dass sich das lohnt, da Perfektionismus zu betreiben und dann ist Google-Tool sagt, passt schon, durchaus ausreichend. Aber wenn ich H&M wäre oder Zalando, dann macht das durchaus Sinn, da nochmal näher drauf zu gucken. Ja, und wir wissen alle, dass irgendwie die, ich die ersten 80% gefixt habe, dann ist das wahrscheinlich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und die letzten 20% dauern genauso lange wie die ersten 80% oder sowas. Da muss man, muss man dann einfach gucken. So, wir kommen natürlich von Pontius zu Pilatus und deswegen würde ich vorschlagen, gehen wir mal mit dem nächsten Beispiel weiter. Und ich glaube, da hatten wir uns HelloFresh rausgesucht. Das können wir gerne machen. und ich meine, das ist, sieht, die angecrawlte Seite sieht so aus, als wenn es auch mal interessant sein könnte, da mal eine komplette Analyse zu machen. Das ist ja schon ein Strauß-Buntes, aber wir gucken. Also, bleib mal kurz drauf, weil hier fallen irgendwie drei Sachen irgendwie sofort auf. Also, erstens, die doppelten Titles. da wäre ich gespannt. Führt jetzt ab vom Thema, aber sollte man sich auf jeden Fall angucken. Wenn dann, erzähl weiter, ich klicke einfach nur. Wenn dann unter den ersten 10.000 URLs 95% 200er URLs sind, dann heißt das ja im Umkehrschluss, dass 5% der Seiten nicht auf ein vernünftiges Ziel führen. Das ist jetzt ein Strukturproblem mit hoher Wahrscheinlichkeit, aber das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit genauso ein Problem, was Ladezeiten betrifft, weil wenn ich die Nutzer erstmal über eine Weiterleitung schleifen muss oder wenn der Nutzer auf eine 4.0-4-Seite landet, häufig sind die 4.0-4-Seiten ja auch relativ langsam in der Auslieferung, weil dann immer wieder ein neues System reinkommt, das guckt, habe ich nicht doch eine Seite nach einem System, das guckt, habe ich noch eine Seite und so weiter. Du siehst hier, das ist also mit irgendwelchen IDs, dann gibt es irgendwelche lokalisierten Seiten, was hier irgendwie per Parameter gemacht wird, das sind jetzt Canonicals, aber per IP, aber ja, vielleicht auch nicht, also müsste man im Detail einmal angucken, aber das sieht schon irgendwie interessant aus. Das sieht vor allem so aus, als wäre nicht zwangsläufig die URL statisch. Das wäre etwas, wo man aus SEO-Sicht wahrscheinlich dann vielleicht sogar noch eher ansetzen sollte als beim Thema Ladezeiten. Können wir da schon mal hier irgendwas mal gucken? Wir wollen ja auch mal ein paar Seiten uns angucken. Das ist kein Problem, ihr dürft mich tracken. Vegetarisches Curry. Vegetarisches Curry. Sieht identisch aus. Sieht ziemlich nach DC aus erstmal, ja. Mit irgendwelchen unterschiedlichen IDs, warum auch immer. Wüsste man sich, würde wahrscheinlich bei uns in der Duplicate-Content-Analyse dann auch irgendwie noch weiter mit auftauchen. Je nachdem, ob es hier irgendwelche individuellen Sachen gibt. Gut. Wir gucken erstmal in die Performance-Themen weiter rein. Also. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Bei den Response-Zeiten wollten wir einmal rein. So. Das sieht man jetzt schon im Vergleich zu irgendwie H&M und so. Das ist schon deutlich schlechter. Das wiederum kann aber auch durchaus durch den Duplicate-Content gefixt werden. Also wenn du jede URL mehrfach hast, dann ist es ja viel schwieriger, also je nach Technik-Setup, aber viel schwieriger, die zu cachen und schnell auszuliefern, als wenn du nur ein paar tausend URLs hast. Das heißt, wenn man den Duplicated-Content bereinigt, ist es viel einfacher, das, was noch da ist, entsprechend schnell auszuliefern. Klar. Das ist ja generell, wenn ich jetzt irgendwie mich an der Optimierung reinmache, dann sollte ich also erstmal anfangen, irgendwie mir die Struktur anzugucken und da erstmal aufzuräumen. Da ist ja irgendwie so DC und 50% Canonicals und Redirects und so. Das muss ich erstmal alles aufräumen. Und dann kann ich überhaupt erst drauf gucken und kann mit dem Rest irgendwie sinnvoll arbeiten. Was man halt schön machen kann immer ist, dass man in so einer, also bei uns sind die Response-Zeiten immer time to last bite, aber dass man einfach reinguckt und sagt, na gut, wenn ich denn jetzt hier langsame Seiten habe, dann schaue ich mir einfach mal ein paar Beispiele an und gucke mal, was sind denn das für Seiten. Und wenn man jetzt so reinguckt, dann sieht man, dass der Großteil also alles irgendwelche Rezepte-Seiten sind. Genau, also das bietet sich ja an, wenn man dann an der Seite sitzt, da tatsächlich auch nochmal ein Cluster draufzubilden, damit man das sauber durchfiltern kann und dann gucken kann. Das haben wir jetzt hier so nicht drauf, weil es halt aus dem Industriemonitor kommt und wir keine anständigen analysieren. Aber vielleicht machen wir das mal. Also da muss man mal gucken. Wir sind da ja auch auf, oder wir freuen uns natürlich auch auf Feedback. Also wenn euch das gefällt, was der Johann und ich hier vortanzen, dann freuen wir uns natürlich darauf, wenn ihr es teilt und liked und uns Feedback gebt. Je mehr wir das Gefühl haben, irgendwie, das ist irgendwie sinnvoll und wir unterhalten uns einfach nicht nur so, umso eher sind wir natürlich auch motiviert, das häufiger stattfinden zu lassen. Was der Intervall sein wird oder so, das haben wir jetzt noch nicht so final entschieden, das müssen wir dann nochmal gucken. Aber die Idee schon war, das regelmäßiger zu machen, aber je besser es euch gefällt und je interessanter und lustiger ihr das findet, desto eher sind wir motiviert. Und dann kann man vielleicht auch mal gucken, dass man mal größere Cases mal irgendwie durchcrawlt oder sowas, muss man einfach mal schauen. Vielleicht gibt es ja auch einfach Themen, wo sich irgendwie mal zwei, drei Leute irgendwie dann zusammenschließen und sagen, ja, könnt ihr ruhig machen. Da muss man einfach mal gucken. So, also Rezepte sein. Lass uns mal irgendein Rezept raussuchen. Was willst du denn hier? Käse, Nachos mit Kittenbohnen. Siehst du, so. Ah, ich weiß doch nicht. Da habe ich gerade eben schon gesehen, wie hier der Font gesprungen ist. Sieht ansonsten jetzt erstmal so ganz patent aus. Meißen wir mal bei den PageSpeed Insights rein. So. Auch das wieder so eine Seite. Also eigentlich, ich bin ehrlich, haben wir jetzt nicht so vorbereitet, ne? Aber eigentlich hätten wir uns mal explizit Seiten raussuchen sollen, wie quasi ähnlicher Natur sind und mal gucken sollen, äh, gibt es das in einer besseren Performance oder ist das alles? Ja, also das, wir können, äh, wir gucken mal, aber wir können mal gucken. Also ich meine, es gibt ja jetzt, was haben wir jetzt? HelloFresh? Wir können ja auch gleich mal das, wir können ja auch mal gucken, wen gibt es denn in den Serbs? Für drei Käse Nachos. Für dieses Käse Nachos Rezept. Gibt es noch jemand anderes? Dann schmeißen wir ihn auch mal rein. Einfach nur, um mal, um mal zu gucken und mal zu zeigen. Ja, was geht? So, und hier, weil wir vorhin drüber sprachen, Code von Drittanbietern, fast 2000 Millisekunden, ja? Optimizely. Wow, 1400 ist natürlich ein Brett. Also, ähm, äh, ist jetzt keine Optimizely-Hate-Show hier. Nee, genau. Also es liegt uns ja, auf gar keinen Fall. Liegt uns ja fern, irgendwie, äh, Optimizely irgendwie das anzukreiden. Oft sind es ja auch einfach, äh, Nutzerfehler, die da gemacht werden. Die Differenz von 250 Millisekunden bei, bei H&M und jetzt 1400 hier spricht ja durchaus dafür, dass bei der Einbindung zwischen H&M und, ähm, hier bei HelloFresh Unterschiede passieren. Ja, aber zeigt einfach nochmal, egal, ob es jetzt ein Optimizely ist oder ein anderes AB-Testing-Tool, für Performance auf jeden Fall ein Thema, was man sich angucken sollte. Und man muss ehrlich sein, ne? Das, was Google hier mittlerweile irgendwie einem anbietet, um zu gucken, was passiert hier, ja? Ich habe hier irgendwie nicht, zwei Sekunden lang nicht verwendetes JavaScript, ja? Das macht es so einfach zu gucken, wo sind denn Anknüpfungspunkte, wo muss ich denn tiefer mal reingucken, ne? Ähm, Ja, aber wir, wir haben hier nochmal zwei, zwei weitere, ähm, total, äh, gute, gute Empfehlungen, ähm, die nicht sichtbaren Bilder zu lazy loaden, klar, das ist auch ein total einfacher Hack, also das ist viel einfacher, als den Aufwand des Hauptthreads, äh, am Ende zu minimieren, weil da ist viel JavaScript-Gefriemel dann am Ende erforderlich. Aber was halt spannend ist, wir sehen hier jetzt auch nochmal, ähm, durch, durch, durch Google, die, die Erstreaktionszeit des Servers von 0,87 Sekunden, also, ihr messt ja die, die Time-to-last-byte, das hier ist dann Time-to-first-byte, also wie lange braucht es, wenn ich den, den Request geschickt habe, bis der Server anfängt zu antworten. Und das heißt, wir sagen, hey Server, gib mir das Dokument, und der Server braucht fast eine Sekunde, um dieses Dokument aus dem Archiv rauszusuchen, in den Keller zu gehen, zu holen, nochmal bunt zu verpacken, anzumalen und rüberzugeben, äh, und zurückzuschicken. Äh, oder zusätzliche Geschichten zu machen, oder das schon mal zusammenzubauen, und wenn wir überlegen, dass wir für den First Content-Full-Paint, laut Core Web Vitals, 1,5 Sekunden haben, und ich verschwende schon fast eine Sekunde dafür, äh, überhaupt darauf zu warten, dass der Server mir anfängt zu antworten, dann habe ich keine Chance, diese Werte dann am Ende, ähm, äh, nachher wirklich im großen Stil zu bestehen, ne, ähm, das, äh, das wird extrem knifflig. Und wenn wir jetzt irgendwie auf die Zahlen, die wir am Anfang irgendwie noch gezeigt haben, ne, eine Sekunde, 2% Conversion, wenn es jetzt ein Shop wäre, ne? Ja gut, aber ist dann auch wieder die Frage, ne, bei dem, wenn wir ein Rezept haben, wie hoch ist der, der Impact des Rezeptbereichs auf die Conversion? also konvertiert jemand bei HelloFresh, weil er ein tolles Rezept gesehen hat, oder ist es eher so ein, äh, User Convenience, also ich habe eine HelloFresh-Bestellung bekommen, ähm, und dann suche ich das, rufe ich das Rezept dazu auf, ähm, dann ist natürlich auch meine, meine Leidensfähigkeit als Nutzer ein bisschen größer, als wenn ich, äh, über die Serp da reingehe und darüber konvertiert werden soll, ne? Ja. Was man auch häufig sieht ist, ähm, und das ist ja auch so ein Thema, also ich meine, Core Web Vitals wollten wir jetzt nicht so, ähm, ähm, thematisieren, aber, das ganz oft einfach, also wenn ich jetzt sehe, dass irgendwie keine, keine Höhen- und Breitenangaben gemacht werden, oder so, dass einfach Basics, sag ich jetzt mal, einfach ignoriert werden, ne? Oh, auch total, total beliebt an der Stelle, ähm, Desktop-Bilder laden und auf Mobile dann zurecht schneiden, ähm, wo man, also im, im Browser sozusagen, okay, nimm nur diesen mittleren Ausschnitt des Bildes, weil ich das Bild jetzt im Hochformat brauche und nicht mehr im Querformat, auch dafür gibt es, ähm, schönere Lösungen, äh, mit, mit Picture oder Image-Source-Sets oder so, ähm, dann zu arbeiten und zu sagen, okay, ich habe zwei unterschiedliche Bilder, eins für Mobile, äh, und eins für Desktop, und zwar nicht nur in unterschiedlichen Dateiformaten oder Dateigrößen, ähm, 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 und unterschiedlichen Komprimierungen, sondern halt auch in einem anderen, ähm, Längen- und, äh, Höhen- und Breitenverhältnis. Also ich bin da auch mitunter einfach immer überrascht, dass irgendwie so die HTML-Standards einfach nicht eingehalten werden, ne? Also ich habe jetzt mal in so ein, in so ein HTML-Validator von W3-Org mal reingeschmissen und du siehst dann, es sind irgendwie Attribute, die irgendwo nicht hingehören, es sind irgendwo Auszeichnungen, die irgendwie nicht, äh, sein sollten, es sind irgendwie, äh, teilweise irgendwie, äh, mit falschen Werten sozusagen ausgezeichnet. Ich habe auch schon, bezieht sich jetzt nicht auf HelloFresh, aber ich habe auch schon erlebt, in, äh, Shops, dass dann irgendein Entwickler gesagt hat, naja, äh, unser Shop-System kann irgendwas nicht, wenn wir es jetzt richtig bauen, dann kostet uns das Geld, aber es gibt hier so einen HTML-Tag, den könnte ich missbrauchen, ja, ballere ich einfach irgendwas anderes rein, was damit gar nichts zu tun hat, und dann fragt er irgendwie im Unternehmen rum, braucht das jemand? Braucht jemand diesen Tag? Nee, dann ballere ich einfach irgendwelche anderen, äh, IDs da irgendwie rein, die ja gar nicht hingehören, also. Hier in dem Screen, den wir gerade sehen, sieht man ja auch ein total schönes Beispiel, ähm, für, für, ein absolutes Worst Practice, aus dem Accessibility-Bereich, also was wir hier sehen ist, es wird ein Link genommen, und dem wird gesagt, ähm, Roll gleich Button, also als ARIA-Attribut, dieser Link ist ein Button, und, ähm, Best Practice, was, also, da kann man sich aus, aus SEO-Sicht und aus anderen Geschichten, kann man sich fragen, warum baut jemand einen Link, anstatt eines Buttons ein, wo er genauso gut das erklärende Element Button nehmen könnte, das in sich schon die semantische Information enthält, hier kann ich draufklicken, und es erfolgt eine Interaktion, ähm, und das ist einfach ein, 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 ein dermaßener, ähm, eine dermaßene Missachtung von kompletten Zielgruppen, also, ich kenne das seit Jahren, da irgendwie gesagt, naja, Accessibility, ne, da gibt's irgendwelche Sachen, die kommen als rechtliche Vorgaben, und so weiter, und, dann kommt am Ende nichts, ja, das ist so, aber betriebswirtschaftlich ist es auch einfach dämlich, zu sagen, ich baue keine Rampe vor die Einfahrt meines Unternehmens, weil ich auf Rollstuhlfahrer, ähm, als Kunden gerne verzichte, also natürlich ist irgendwie der Druck da, auch sowas sprechend zu machen, damit die Leute, die irgendwelche Einschränkungen haben, deine Seite vernünftig benutzen können, und die Einschränkungen müssen ja nicht immer sein, dass ich eine, eine Einschränkung per se habe, in meinen Fähigkeiten, kognitiv, haptisch, was auch immer, sondern eventuell auch einfach in dem Endgerät, das ich habe, oder das ich, äh, in der Küche mir angewohnt, angewöhnt habe, mir das Rezept vorlesen zu lassen, damit ich beide Hände frei habe, um zu arbeiten, oder, oder solche Geschichten zu machen, und auch diese Systeme können alle nicht funktionieren, wenn man solchen Hack-Mac betreibt, und nicht standardkonformes HTML baut, ja, von daher ist es an mehreren Stellen einfach schlecht. Das ist das Gleiche mit, auch mit, mit irgendwelchen Kontrastwerten, und, und was da teilweise an Designs irgendwie verbrochen wird, hab jetzt, hab ich jetzt nicht da, finden wir jetzt so schnell auch nicht, aber ich habe jetzt gerade kürzlich eine Studie aus den USA gelesen, wo es um, äh, genau, äh, also quasi, äh, Personen, die irgendwie Hilfe brauchen in der Benutzung von, von Webseiten aus unterschiedlichen Gründen, weil sie irgendwie farbenblind sind, nur einen Arm haben, nicht hören können, nicht, ne, also, was auch immer, ähm, und aber alles quasi keine, keine Themen, die verhindern würden, dass die irgendwie Geld ausgeben und was kaufen, und, ähm, wie prozentual, wie viel das dann von der Bevölkerung auch, ähm, mitunter ausmacht, und dann, wenn ich dann gucke, wer ist quasi, wer hat eine eigene Kreditkarte, sag jetzt mal, ja, also sowas, dann ist das dann schon ein Prozentsatz, wenn ich es einfach missachte, äh, also, können diese Leute meine Seite gegebenenfalls nicht benutzen, und dann kommt ja noch dazu, es gibt HTML-Standards aus Gründen, die sind auch nicht kompliziert, dass das immer mal wieder irgendwie falsch gemacht wird, ich meine, das sehen wir bei Haareflangen auch andauernd, dass Leute irgendwie, der Standard ist nicht kompliziert, aber wenn ich mich dann nicht mit beschäftige, oder denen nicht verstanden habe, dann mache ich es vielleicht dann irgendwie falsch, okay, das muss ich dann verstehen, und muss es dann reparieren, aber wie jemand eine Webseite bauen kann, und die, die, die HTML-Standards, sag jetzt mal, die Spec irgendwie nicht berücksichtigen tut, und es ist ja so einfach, es ist das zu überprüfen, also, wir haben noch nicht mal einen sinnvollen Crawl gemacht, ist einfach nur irgendwie in den Validated Data reingeschmissen, wir arbeiten jetzt gerade hauptsächlich gar nicht mit Audisto, da ziehen wir uns jetzt die Beispiele raus, sondern mit den PageSpeed Insights und dem W3-Org-Validator, so. Das kann jeder machen. Dazu kommt ja dann irgendwie, wenn du das ganze Thema weiterdenkst, das ganze Thema Status Codes, und warum verwende ich, wenn ein Crawler zu schnell crawlt, nicht den Status Code 503, um zu sagen, ey, mach mal halblang, sondern fang an, mir irgendwas anderes auszudenken oder so, da wird Standards missachtet noch und nöcher, und am Ende fragt man sich, warum denn irgendwie so eine Seite in vielen Fällen broken ist. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, Rot-Grün, Sehschwäche, sind 10% der Männer, die die haben. Und wenn man sowas beim Bauen einer Seite nicht nochmal validiert, dann steht man am Ende einfach vor Problemen. So, guck mal, wir nehmen jetzt nochmal eine andere, wir nehmen jetzt nochmal eine andere Seite hier. Gut, da ist irgendwas mit dem Bild. Weiß man nicht, was ist das hier? Chefkoch ist das hier. So, damit wir nochmal was anderes auch nochmal bei den PageSpeed Insights reinwerfen. Warum dieses Bild so ist, wie es ist, wahrscheinlich User-Generated Content. Da war die Linse beschlagen vom Kochen. Oder sowas. Das weiß man nicht so genau. Naja, oder nach dem Essen. Nee, es gibt kein Bild zu dem Rezept. Das ist ein Beispielbild von irgendwelchen Spaghetti. Stimmt, da hast du recht. Okay, das ist ja auch verwirrend. Aber gut, vielleicht an der Stelle besser als nicht. Usability ist jetzt nicht das Thema. Aber zeigt nochmal, also hier sehen wir nochmal ein Problem, das ladezeitentechnisch ja auch immer brutal ist. Externe Dienstleister für Werbung, Videocontent, all sowas. Also gerade Werbung, das hat irgendwie jeder mitbekommen. Aber Video, da gibt es den einen oder anderen Anbieter. Nicht YouTube. Wenn man da was einsetzt, wo dann die Daten nicht komprimiert drin kommen. Cookie-Consent-Banner, ne? Also dieses Cookie-Consent, JavaScript und HTML, das eingebunden wird. Das hat teilweise, kommt das unkomprimiert, lädt irgendwie jede Menge Bloat, den du am Ende gar nicht brauchst und verwendest. Und du ziehst hier über solche externen Services, wenn du da keinen Prozess für hast, das zu auditieren, was habe ich denn eigentlich in der Seite, warum ist das in der Seite, wofür brauche ich das, dann ziehst du dir ganz häufig wildeste Sachen entsprechend rein. Und gilt im Übrigen auch für Sachen, die im Google Tag Manager gemacht werden. Also im Google Tag Manager kannst du halt auch die Seite extrem verlangern. Ja, also wir sehen, Chefkoch ist schneller, hat aber auf Basis dieses, also N gleich 1 Sample, ist ja jetzt nicht riesig, auch nochmal Verbesserungsmöglichkeiten. Da haben wir, eine schöne Geschichte sehen wir unten, die sehen wir auch gleich nochmal, wenn wir zum nächsten Beispiel gehen. Textkomprimierung aktivieren. Also der erste Blick sagt, wir können 0,1 Sekunden oder 0,2 Sekunden am Ende gewinnen, wenn wir das JavaScript und CSS komprimiert ausliefern. Und hier ist genauso, also in dem Fall ist es amp-project.org, das ist nochmal interessant. Wenn das Amp-Zeug nicht komprimiert ausgeliefert wird, möglicherweise ist die falsche Datei eingebunden, möglicherweise hat das irgendwie Gründe, aber das würde ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen. Und genau, also da gibt es, glaube ich, noch ein paar JavaScript-Geschichten, die man sich nochmal näher angucken kann, auf jeden Fall. Ja, die Seite habe ich jetzt einfach aus den Serbs rausgesucht, falls das irgendjemand verpasst hatte. Ich glaube, wir springen jetzt so ein bisschen, aber ich glaube, wir springen zum nächsten Beispiel. Als letztes Beispiel haben wir gesagt, nehmen wir uns nochmal so einen Klassenprimus heraus, der gerne als der erfolgreichste irgendwie angeführt wird, aus verschiedenen Gründen, ob das berechtigt ist oder nicht. Wenn wir jetzt auf den technischen Part gucken, da versuchen wir jetzt gleich mal rauf zu gucken. Ja, also was wir hier schon sehen, vielleicht zum letzten Beispiel, ist erst mal fast 100% 200er. Da war auf jeden Fall SEO dran und konnte sich auch durchsetzen an vielen Stellen. Das ist schon mal total gut. Doppelte Inhalte sehen wir hier auch nicht. Also lasst uns doch mal auf die Response 1 gucken. Also wir müssen dann sagen, da haben wir jetzt gerade eben ganz andere Beispiele gesehen. Da sieht das alles schon ziemlich optimiert aus. Genau. Also das ist jetzt ein kleiner, sehr schneller Bereich und dann gibt es einen großen Bereich, der irgendwie im mittleren Segment sich bewegt. Da geht noch was. Das kann man sicherlich schneller machen. Und vielleicht gucken wir da mal auf so eine Beispiel-URL. Wir gucken mal, was haben wir denn hier? So, Schuhe. Nehmen wir doch mal so eine Unterseite hier. Chucks. Ja. Oder? Ja, kann man die zu Badehosen tragen? Gucken wir mal, was es dazu gibt. So. Na klar. Hier siehst du zum Beispiel auch, weil wir vorhin das Thema hatten bei H&M. Deutlich signifizierter. Kein Mega-Flyout-Menü. Ich habe jetzt hier irgendwie die Silos, ja, und habe dann hier irgendwie so meine Unterkategorien. Aber im Vergleich zu dem, was wir jetzt vorhin bei H&M gesehen haben, ist es von der Navigation deutlich minimalistischer. Ja. Und führt einen halt dann direkter innerhalb. Also unser Einstiegspunkt ist ja jetzt, Chucks oder Converse als Brand. Und dann auf Damen, Herren, Kinder. Also die offensichtliche Navigation in verwandte Facetten irgendwie des ganzen Themas rein. Das macht natürlich total Sinn. Und wenn ich dann auf Damen geklickt habe, ermute ich mal, dass es da dann irgendwann einen Link wieder zurückgibt auf andere Damenschuhe, um aus dieser Converse-Damen-Filterung wieder rauszukommen. Brauchen wir jetzt nicht zu checken, weil es nicht unser Thema ist. Aber gefällt schon auf den ersten Blick oder fällt schon auf den ersten Blick auf, dass hier einige Dinge ganz anders laufen. Und das, wo wir die Desktop-Variante angucken, nicht Mobile, was ja dann auch nochmal die Umsetzung von so Fly-Out-Geschichten in Mobile ist ja auch nochmal eine Wissenschaft für sich. Ja, wir können ja mal gucken, wie das Ganze in Mobile aussieht. Ja, also es wird viel geladen. Wir sehen hier auch dann direkt geheileitet, Damen, Herren, Kinder. Also wenn wir jetzt Mobile-Link-Berechnungen machen, dann sind das die Links, die irgendwie als erstes auffallen. Das ist schon mal gut. Magst du mal einmal auf den Header-Request gehen, den wir da sehen? Weil das ist erstmal, das finde ich gerade total spannend, wenn du nochmal auf das Timing gehst. Da sehen wir ja, womit der Server irgendwie Zeit verbringt und wir sehen, okay, der Großteil ist irgendwie time to first byte. Es ist immer so, wenn die Seite ein bisschen größer wird, dass man da ein bisschen Caching-Probleme hat und so weiter. Aber wir sehen auch, dass die relativ lange braucht, um übertragen zu werden. Sogar unter der Bedingung, dass du jetzt hier gar nicht simuliert hast, dass du eine 3G-Verbindung auf dem Handy hättest oder so. Wenn du jetzt mal auf den Header schaust, hätte ich da eine Theorie. Wenn wir da, guck mal, wir haben jetzt das Content-Encoding ist Gzip. Wir müssen. Genau. Und wir hatten vorhin schon mal ein Beispiel gesehen bei Chefkoch, wo Ressourcen gar nicht komprimiert waren. Hier ist eine Gzip-Komprimierung, das ist auch Internet-Standard an sich. Aber theoretisch geht das auch noch mal eine Runde besser. Also man kann in der Komprimierung von Text-Ressourcen auch noch mal 10% oder mehr rausholen, wenn man das Ganze nicht mit Gzip macht, sondern mit Broadly heißt es. Als ein Beispiel gibt es sicherlich auch noch mal irgendwie andere Geschichten und bessere Kompressionsalgorithmen, die halt immer dann Probleme haben, wie lange, oder bei Kompressionsalgorithmen ist immer das Problem, wie lange brauche ich, um eine Ressource serverseitig zu komprimieren und wie lange braucht das Endgerät dann wieder, um es wieder zusammenzubauen. Und Broadly hat gegenüber Gzip den großen Nachteil, dass man, wenn man eine höhere Kompression wählt, man länger braucht, um das Ganze zu komprimieren. Beim Endkomprimieren ist es nicht mehr so das Riesenthema, aber um die Seite zu komprimieren, kann es Probleme bedeuten, ist aber eigentlich irrelevant, solange mein Caching stimmt, serverseitig. Also wenn ich die Seite nur einmal komprimieren muss, dann ist es sehr egal, wenn es ein bisschen länger dauert. Aber wenn ich das mehrfach machen muss und on the fly irgendwie, dann ist das vielleicht nicht die beste Variante. Glaubst du denn, dass also in der Webentwicklung, Shopentwicklung, wie auch immer wir das nennen wollen, das gibt ja immer mal wieder auch Verbesserungen technischer Art, die ich nutzen kann, also auch bei Bildformaten und so weiter und so fort. Zeitlich in der Adaption, mein Bauchgefühl ist, also es macht ja keinen Sinn, wenn irgendwas Neues aufploppt und noch nicht bewiesen ist, sag ich jetzt mal, sofort da Ressourcen draufzuschmeißen. Das ist irgendwie Quatsch. Ja, aber alleine irgendwie bei verbesserten Bildformaten und sowas, das ist ja jetzt seit Jahren eigentlich erprobt, verfügbar und trotzdem sehe ich immer noch viele Seiten, die sich da irgendwie gar nicht drum kümmern. Ja, wobei, also gerade bei Bildern finde ich ein schönes Beispiel, weil es da ziemlich lange gedauert hat, bis irgendwie alle Browser irgendwie nachher so ein WebP irgendwie mitgemacht haben. Schein da aber auch gelernt, also gefühlt scheint es jetzt bei AWEV schneller zu gehen, dass man da on track kommt, um irgendwie weitere Formate anzubieten. Aber ja, und dann ist natürlich, wenn du nicht alle Browser unterstützen kannst, sondern nur ein Teil und dann ein Fallback gleich mit einbauen musst, dann musst du das Bild in zwei verschiedenen Formaten vorhalten. Ist irgendwie gefühlt der Aufwand und der Kostenblock, wenn du dann für jedes Bild nochmal ein Fallback brauchst, ist der, glaube ich, höher, als das ist, wenn, ja, okay, jeder unterstützt das, dann kann ich das einfach so machen, weil wir uns komplett irgendwie aus der Denke verabschiedet haben, dass man jetzt für einzelne Browser bestimmte Optimierungen macht. Also diese Zeiten, in denen du für diese Seite brauchst so einen Internet Explorer in dieser Auflösung, sonst funktioniert sie nicht. Die Zeiten sind ja im Wesentlichen vorbei. Gott sei Dank. Ja, also, wenn man in Schleswig-Holstein versucht, gerade einen Impftermin über das offizielle Impfportal zu buchen, dann darf man auch nur bestimmte Browser benutzen. Okay, ein bisschen aus der Zeit gefallen, so, für ein einfaches Formular. Aber um auf die Frage nochmal zurückzukommen, glaubst du, dass die Teams, die an der Seitenentwicklung, dass die nahe genug am Puls der Zeit, bezogen auf neue Formate oder Komprimierungsgeschichten, dass die da dran sind? Oder dauert das einfach mehrere Jahre, bis sich das dann irgendwann festsetzt? Ich habe das Gefühl, dass das vor allem, oder hängt natürlich in jedem Teil, oder jedes Team ist da anders, aber gefühlt bei JavaScript-Framework sind alle ganz schnell dran. So, und haben da irgendwie immer am Puls der Zeit und haben diese Iteration irgendwie mit, aber bei den gut abgehangenen Web-Technologien wie Bildern, Textkomprimierung, HTTP 1 auf HTTP 2, also da, wo es Backend nahe wird, da scheint es langsamer zu sein. Also möglicherweise ist der Frontend-Entwickler, also ganz wilde Theorie und ich trete jetzt allen Leuten zu nahe, aber der Frontend-Entwickler eher dabei, schnell irgendwelche JavaScript und wie kann ich schneller Features live kriegen, da und da Dinge zu entwickeln und am Puls der Zeit und auf der Backend-Seite sehe ich eher ein bisschen Trägheit und das ist sicher, das funktioniert, das müssen wir jetzt nicht alles sofort austauschen, sondern da kommt, glaube ich, nochmal ein ganz anderer Aspekt von wofür bin ich denn eigentlich verantwortlich. Genau, diese Verantwortlichkeiten. Also ich sehe das, mein Lieblingsbeispiel ist da, wenn wir in Auditor so ein Block an Security-Hints, Web-Security, ist von niemandem die Baustelle. Von niemandem. Also du hast irgendwie die Web-Entwickler, die den Shop bauen, denen sind gewisse Security-Themen einfach scheißegal, weil sie einfach nicht auf ihre KPIs einzahlen. Es gibt auch viele SEOs, denen das Thema ansatzweise egal ist, dadurch, dass Google mittlerweile bei vielen Dingen einfach drauf guckt und ja auch Google-Themen forciert, also sowas wie Mixed-Content oder sowas, hast du ja riesige Probleme, wenn du das ignorierst und wunderst dich, warum gewisse Dinge auf einmal nicht mehr funktionieren, weil Chrome es einfach wegblockt und einfach gar nicht mehr anzeigt. Da fehlt dann der Kaufen-Button, weil er als unsicheres Iframe eingebunden ist oder so ein Mist. Aber bei diesen Security-Themen sehen wir ganz häufig, dass das einfach niemand auf der Agenda hat. Side-Ops hat einfach andere Probleme und ob jetzt irgendwie HSDS oder sowas irgendwie eingebunden ist, verwendet wird, was auch immer ist egal. Wobei, also da wird Security ja häufig, das ist ein Stück weit natürlich auch zurecht, zum Beschützen der eigenen Systeme oder als Beschützen der eigenen Systeme verstanden und nicht als Beschützen der Kommunikation zwischen Nutzer und Client. Da ist natürlich dann alles, was an neuen Entwicklungen in diese Geschichten reinkommt und da wird es ganz schlimm, wenn du irgendwie bestimmte Zertifizierungen und so weiter hast, dann ist es gar nicht so einfach, dann auch an bestimmten Komponenten deiner Seite irgendwie zu drehen und ich habe jetzt größten Respekt vor jedem, der egal ob Backend oder Frontend bei einer Bank macht, das ist schon nicht ganz ohne das Reglementierungsset, in dem man sich da bewegt, aber ich finde trotzdem, dass so manche Entwicklungen, da können wir durchaus, glaube ich, nochmal schneller werden und adaptiver werden, was jetzt beispielsweise Textkomprimierung und Bilderkomprimierung angeht. Ja genau, gehen wir zum Thema wieder zurück und zwar hatten wir uns im Vorfeld schon drüber unterhalten und hatten so ein Schaubild, lass mich kurz gucken, ob ich das finde, wo man sieht, Brotli, ich nenne es einfach Brotli, Brot. Ich habe auch keine Ahnung, wie man spricht. Wer es weiß, irgendwie schreibt uns eine Nachricht, damit wir uns das nächste Mal nicht so blamieren. Genau, aber man sieht, dass es auch akzeptiert ist, also alle Browser verstehen es. Ja, also du für den Opera Mini und den Internet Explorer hat man eventuell noch ein Fallback und wenn man ein großes China-Geschäft hat, kann man auch nochmal drüber nachdenken, aber im Wesentlichen kann ich das irgendwie locker einsetzen und da kann jeder mit arbeiten und wahrscheinlich betrifft das von den Nutzern auf meiner Seite 0,1 Prozent oder so, die dann Probleme haben könnten, die Seite zu öffnen und vielleicht gucken wir nochmal, ich hatte so einen Vergleich gebastelt, was denn der Unterschied wäre, das ist jetzt multiutil.com, da kann man mal verschiedene Kompressionsalgorithmen miteinander vergleichen, Deflate ist vergleichbar mit GZIP und auch ähnlich unterstützt, das heißt, was wir hier sehen, das HTML, der Converse Seite von Zalando hat 155 Kilobyte, wenn es komprimiert wird mit GZIP und 102 Kilobyte, wenn ich es mit Brodly komprimiere, das bedeutet, ich muss ein Drittel Daten weniger übertragen, wenn ich das Kompressionsformat ändere und das ist natürlich dann, wenn ich merke, okay, ich habe da eventuell ein Bottleneck und die Dateien können halt ein Drittel schneller übertragen werden, dann habe ich halt auch einen deutlichen Gewinn mit hoher Wahrscheinlichkeit, was die Performance beim Nutzer angeht. Insbesondere in Settings wird es natürlich relevant, wo die Verbindung halt kein LTE ist. Ich hätte noch oder ein Thema, klar, ist die Frage, welche Dateien werden zu Runtime gebaut und welche nicht, also welche Warenkorb-Informationen oder so müssen denn eigentlich im HTML stehen und was kann über JavaScript nachgeladen werden? Mein Gefühl ist, dass da nochmal ein bisschen viel im HTML passiert und man möglicherweise ein bisschen was nochmal über JavaScript nachladen könnte, weil natürlich das Wichtige erstmal ist, dass die Seite geladen wird und dann hinterher nochmal geguckt wird, ist der Warenkorb befüllt oder so, das kann man später ermitteln und was mir auch noch aufgefallen ist, ist die Frage von Caching der Dateien, also es scheinen nicht alle regelmäßig neu gecached zu werden und da geht es sicherlich auch noch was in meinem Test kannst du mal versuchen wenn du die Seite einmal neu lädst dass wir dann nochmal gucken welchen Statuscode die HTML Datei bekommt genau weil wenn du in den Header jetzt reinguckst wir sehen das ist Statuscode 200 und sie haben aber unten ein E-Tag das mitgegeben wird also unter dem Zeile des Response Headers oder so was ist das genau das heißt wenn wir den Request stellen sollte dieser Tag nochmal mitgegeben werden und wenn die Seite sich nicht geändert hat dann sollten wir sie nicht neu laden müssen scheint aber hier der Fall gewesen zu sein keine Ahnung könnte man auch nochmal tiefer reinsteigen ob das konfigurierte E-Tag denn überhaupt seinen Dienst tut oder ob das irgendwie jedes Mal ein neues Laden der Seite ist aus SEO-Sicht auch für Scrollbudget natürlich spannend weil wenn ich Google sagen kann hier die Datei hat sich nicht verändert Statuscode 304 dann muss Google da auch nichts weiter an der Seite verarbeiten und ist ja auch nicht notwendig wenn sich an der Seite nichts geändert hat das ist ja generell auch also ich habe ja immer diese verschiedenen Aspekte also natürlich ist Performance für den Nutzer ist irgendwie wichtig aber Performance für die Suchmaschine kann auch ein ganz spannendes Thema sein wir hatten vor Corona auf der Techseoboost in Boston auch einen Vortrag von der Jody die darüber berichtet hat dass sie einen kompletten Relaunch der Seite gemacht haben und weil es eine relativ große Seite war in der Anfangsphase die Fluttore für Google quasi geöffnet haben das heißt sie haben wahnsinnig viel technische Ressourcen zur Führung gestellt nach dem Relaunch und haben einfach gesagt Google darf und so schnell crawlen und so viel wie sie möchten weil wir gerne die kompletten neue Seite im Index haben wollten und haben also quasi Geld in die Hand genommen um in einem kurzen Zeitraum nach dem Relaunch einfach Google zu sagen es sind so viele Ressourcen da wie du möchtest irgendwie Hauptsache du index die neuen URLs das heißt also dass auch solche Themen sein können mit denen man sich beschäftigt so jetzt ist wurde das quasi die englische Seite ausgeliefert wurde ja also hier die die Sprachvariante oder über IP oder Geolocation was auch immer irgendwie das erkannt wurde das kann SEO seit ich auch ein Problem darstellen ja weil Google ja immer aus den USA rankommt und wenn sie immer nur die englische Seite kriegen kann das perspektivisch für die deutschen Inhalte ein Problem darstellen genau das ist dann die 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 weiterleitung wahrscheinlich ja aber 780 millisekunden ist auch eine verhältnismäßig langsame weiterleitung das heißt auch das sind ja immer wieder Themen die redirects taucht auch immer auf performance mäßig ja ist jetzt nicht so wichtig und der nutzer der nimmt das ja gar nicht so war aber was ich da mit unter sehe wie langsam dann irgendwelche redirects sind ist ja in Ordnung wenn nicht redirects habe aber dann sollte ich auch gefälligst dafür Sorge tragen dass die schnell ausgeliefert wird definitiv war dir noch was anderes aufgefallen bei der zalando seite ne also ein paar sachen die wir an anderer stelle schon mal hatten aber vielleicht lass uns doch nochmal eine andere seite daneben legen um mal zu gucken ist das denn jetzt einfach gemecker oder kann man vielleicht noch mal was anderes lernen also vielleicht bin du auch nochmal die converse googles machen wir doch mal schauen wenn ich jetzt hier kaufen man sieht jetzt wer wie was wo kommen wir die kollegen aus hamburg about you pride monat ist glaube ich gerade man sieht auch eine spannende geschichte wie man solche sachen sauber also wenn man das sauber ablegen will mein logo ändert sich wie lange ändert sich das hier siehst du übrigens also das ist ganz lustig eigentlich wenn man die also wenn wir jetzt die h&m navigation was ja irgendwie textwüste will ich jetzt mal nennen irgendwie gewesen ist wo relativ viel irgendwie mega navigation war bei zalando also sehr reduziert ja und bei about you ist es noch wieder so eine andere stories und so wo ich mich gleich irgendwie inspirieren lassen kann also wie unterschiedlich doch die konzeptionen sind was da irgendwie navigation und sowas angeht es gibt nicht one size fits all sondern man muss halt genau gucken und auch vielleicht ein bisschen ausprobieren und testen ja definitiv und vor allem gucken welches konzept kann ich den mobile wie desktop durchschleifen also bei der about you geschichte ist vermutlich auch so wenn man sich die mobile navigation anguckt meine these wäre jetzt ob die brands jetzt genauso dargestellt werden in der mobilen navigation wenn du da mal ins burger menü reingehst hier siehst du auch dass die mobile navigation bei zalando ganz anders aussieht ja genau weil die anforderungen und navigations konzepte halt auch unterschiedlich sind und hier haben wir auch nochmal mehr unterschiedliche einstiege dass alle marken ist unten segmentiert davon also finde ich auch nochmal ein schönes beispiel für mobile und desktop haben unterschiedliche anforderungen an die navigation und dann stellt sich halt auch nochmal aus seosicht jedes mal die frage wenn die anforderungen unterschiedlich sind und google mobile first ist dann muss ich halt auch mir mobile interne verlinkungen viel stärker angucken als das meistens der fall ist wie lange braucht die datei denn also was mich gerade wundert ist wenn ich das jetzt hier öffne dann habe ich jetzt hier oben frauen männer und kinder und defaultmäßig ist aber jetzt frauen angewählt anscheinend haben sie mehr frauen die bei in shoppen als männer ich habe nichts ausgewählt das ist einfach die standard das siehst du wenn du beispielsweise schuhe oder hosen googelt dann siehst du auch dass google ähnliche auswahl trifft wow also aber hier siehst du zum beispiel im vergleich zu warte haben wir es noch offen siehst du einen deutschen unterschied also wir haben hier 13 millisekunden bis das das dokument übertragen ist nicht richtig sehe das ist schon nah an perfektionismus also das erlebt man häufig eigentlich nur für die gecached bilder die statischen ressourcen vielleicht vielleicht steht der server in hamburg und die server bin auch in hamburg okay aber trotzdem also 600 zu 13 ist dann schon ein deutlicher unterschied ja und vor allem würdest du den Unterschied nicht in time to for spite sehen sondern das mit server in hamburg würde eine Rolle spielen für die Dauer der Übertragung der Datei aber nicht für wie lange braucht der server um das dokument aus dem keller zu holen und zurück zu werden das ist schon nach hamburg das ist schon cooles cooles ding so und dann da muss man also wir haben ja gesagt wir wollen uns bemühen auch gute Beispiele irgendwie rauszuziehen es geht alles immer irgendwie anders und es geht alles immer irgendwie besser so also wir gucken mal dass wir vielleicht auch beim nächsten mal ich finde das eigentlich ganz attraktiv die gegeneinander zu stellen also zwei thematisch gleiche oder ähnliche Seiten irgendwie gegeneinander laufen zu lassen technisch meine These wäre auch wenn wir auf das thema interne verlinkung gucken dass wir da nochmal ein bisschen mehr positive aspekte wahrscheinlich bei zalando auf anhiebe entdecken als bei about you aber das ist erstmal eine theorie können wir uns beimnächst mal angucken so aber auch gzip also ich glaube wir hatten nicht ein beispiel wo brodli glaube ich am start war aber es es funktioniert und man kann es einsetzen und wir können sicherlich auch nochmal seiten raussuchen die das irgendwie nutzen es ist halt serverseitig eine höhere rechenlast und die muss ich ja irgendwo in meinen prozess mit rein bekommen aber wenn das caching so läuft wie bei about you dann sollte das eigentlich keine probleme darstellen das mit in das thema aufzunehmen und es halt alle daten die ich nicht übertragen muss sind halt von Vorteil jetzt also das telefon meiner schwiegermutter irgendwie länger braucht um die seite wieder auseinander zu dröseln dann ist das ja mal ein anderes thema die obwohl die seite so schnell ausgeliefert wird time to interactive ist auch hoch wenn man auf die page speed insights guckt ja du siehst ja auch da dass dieser eine sehr schöne animation offensichtlich in dem cookie banner drin ist als ladezeitenoptimierer mag ich sowas nicht so gerne du siehst auch ganz witzig du siehst hier die seite wird geladen du siehst hier oben kommt dann die app die empfohlen wird die dann quasi injected wird genau und das javascript klar bilder richtig dimensionieren das thema hatten wir auch schon gesehen moderne formate für die bilder auch da gibt es themen tech manager ja muss man sich muss man sich angucken ob tanon ist der cookie banner das hatten wir auch schon als thema also da da ist auch noch was zu tun aber der server seitige part kann ich die datei mit den inhalten schnell rüber schmeißen das scheint schon hier deutlich zu funktionieren 420 versus 3,6 und das bedeutet natürlich dass ich mir auch insgesamt eher leisten kann aufwendigeres javascript und solche geschichten zu haben weil ja der browser viel schneller anfangen kann das ganze html zu verarbeiten das javascript zu laden das javascript zu verarbeiten damit habe ich natürlich direkt am anfang mehr gewonnen und kann über die letzten 95 meter langsamer sein wenn ich die ersten fünf schneller aus dem block komme dann ist das auf jeden fall von vorteil ich würde vorschlagen wir können ja vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen was so die mitnahmethemen sind über die wir heute gesprochen haben am ende des tages glaube ich haben wir sind ein bisschen gesprungen aber so ist es einfach wenn wir da explorativ irgendwie an die sache rangehen und hier keine keine präsentation machen ich glaube wir haben mitgenommen ja performance ist überall ein thema also wir haben jetzt nur auf große seiten geguckt aber wir haben jetzt nicht eine seite gefunden wo es nicht noch potenzial gab einige die hatten dann mehr low hanging fruits rumhängen als andere aber dass das auf jeden muss sondern es an vielen stellen auch ganz einfach und ganz schnell möglich ist da einfach mal drauf zu gucken es gab jetzt auch viele Sachen die wir gemacht haben oder wo wir uns Zahlen angeschaut haben oder die wir hergezogen haben da muss man jetzt noch nicht mal der super experte sein um einfach ein paar kritische Fragen der technik gegenüber mal zu stellen und zu sagen was machen wir denn da Gründe gibt es immer aber und von den technischen Themen die wir mitgenommen haben Navigation viele unterschiedliche Themen Siloing so ein Thema was man sich auf jeden Fall angucken sollte damit einhergehend auch am Beispiel von H&M die ganze Inline Navigation mitzuschleppen ich gucke mir Herren Badehosen an und habe die komplette Damen Navigation im HTML Quellcode mit drin muss vielleicht nicht so sein muss ich vielleicht mal testen ob das nicht ohne genauso gut funktioniert Komprimierung was damit unter was zu holen ist was hatten wir noch wir haben AB Testing auf jeden Fall was was man irgendwie im Griff haben sollte und sich das ganz genau angucken sollte was wird da gemacht wenn ich damit Zeit verschwende dann sollte ich doch mindestens mir überlegen dass ich wenn ich es nicht anders lösen kann die Tests zumindest und nicht weil sich gerade keiner drum kümmert der Test einfach beliebig lange irgendwie weiterläuft vielleicht wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen das Thema braucht Verantwortlichkeiten und jemanden der das machen will und pusht ansonsten passiert es am Ende nicht wir haben auch gesehen dass zwar Frontend eine total wichtige Rolle hat und jetzt viele Leute sich dieses Wissen drauf schaffen wie funktioniert es eigentlich mit dem JavaScript dem CSS dem CLS Wert und so weiter aber dass das Backend Thema nicht kaputt ist und nicht mehr nicht wichtig ist sondern dass da immer noch total viel rauszuholen ist was einem auch am Anfang irgendwie auffällt und dass so Themen wie Caching und Komprimierung und Bildergrößen immer noch total relevant sind und wichtige Aufgaben gibt bei der Performance Optimierung für die Backend Seite und wir haben festgestellt dass SEO Struktur Probleme wie zum Beispiel Duplicated Content wie zum Beispiel welche Inhalte sind in meinem HTML und welche nicht durchaus auch auf das Thema Ladezeiten einzahlen können und das wichtig ist so Grundlagen wie HTML Standards die auch in Bezug auf Accessibility wichtig sind auch die zu beachten denn jedes Mal wenn ich was abseits vom Standard mache ist die Gefahr groß dass es für den Browser halt auch aufwendiger ist das nochmal zusammen zu basteln und daraus was vernünftiges zu machen und fehleranfälliger ist wenn ich mich nicht an Standards halte das ist klar und der Browser dann ja auch nochmal gucken muss was mache ich denn jetzt damit was irgendwie anders aussieht sonst das ist einfach das gleiche wie wenn ich ich habe einen doppelten Robots Tag oder sowas bei mir auf der Seite mit drauf wenn der gleich ist ist fein aber wenn sich einer unterscheidet von dem anderen was passiert dann so das gibt da glaube das so auf der Metaebene das Thema ist wichtig es braucht Verantwortlichkeit wir können uns das greifen es gibt viele Tools da draußen aber diese Backend Grundlagen nicht vernachlässigen und Webstandards sind nicht ohne Grund da und außerdem also auch wenn wir jetzt gar nicht viel mit Audisto gearbeitet und hätten natürlich da noch tiefer reingucken können und noch viel mehr machen können aber bis zu gewissen Grad um auch einfach Fragen zu stellen oder Themen zu identifizieren die ich irgendwie diskutieren sollte also die gängigen Tools die Google kostenlos zur Verfügung stellt oder so ein HTML Validator oder sowas reicht schon aus um irgendwie einen freundlichen Nachmittag in der Diskussion mit der Technik zu verbringen also oft ist das einfach ein ganz guter Anknüpfungspunkt und wir natürlich auch wissen dass Google jetzt wenn man sich jetzt anguckt wie stark sie diese ganzen Technik Themen Web Security und die sagen einfach immer weiter pushen das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist jetzt ist natürlich so dass so was wie jetzt Web Vitals von vielen Anbietern irgendwie dann irgendwie als das nächste Mobile Gather irgendwie verkauft wird weil steckt natürlich auch in Angst immer Geld drin und ich Stärke der Trommel glauben schenken sollte aber nichtsdestotrotz ist es so wenn man sich jetzt die Entwicklung über die Zeit anguckt dann ist der technische Impact doch auch für die Suchmaschine immer größer und am Ende des Tages immer die Frage was für den User gut und der User ist einfach verwöhnt muss man einfach sagen er hat genug Möglichkeiten woanders hinzugehen und wenn ich nicht wirklich nur der Einzige bin der irgendwie was geiles am Start hat dann wenn irgendwas hakt ich kenne das von mir selber bin da wahrscheinlich auch krasser als der 0815 Nutzer aber wenn irgendwo was klemmt irgendwas hakt dann habe ich Core Web Vitals oder das Page Experience Updates die besten Werte hat sondern es wird derjenige gewinnen der einen Prozess in Gang bekommt mit dem er langfristig es schafft die Werte gut zu halten weil ganz häufig stellen wir fest so ein Initialprojekt dann machst du die Seite einmal schnell ein halbes Jahr später kommt das nächste Initialprojekt wo du die Seite wieder einmal schnell machst ein halbes Jahr Kunden die Audisto sich einmal im halben Jahr buchen dann machen sie eine Analyse dann reparieren sie das was kaputt gegangen ist und dann machen sie ein halbes Jahr irgendwas anderes und dann lasst die anderen permanentes technisches Monitoring drauf haben und sehen unsere durchschnittlichen Response Zeiten haben sich verdreifacht was ist da denn los und dann feststellen an einer Stelle wurde irgendwo rumgeschraubt und das hat eine eine Kaskade ausgelöst weswegen irgendwas kaputt gegangen ist aber genau also ich würde auch denken Technik gerade in so komplexen Systemen wo einfach viele verschiedene Bauteile manchmal hast ja nur noch Teams wo Technik sitzt Inhouse Technik sitzt irgendwie in Portugal oder in Russland und dann hast noch irgendwie ein zwei Dienstleister die da mit mischen und dann wird das Ganze auch schnell unübersichtlich dass man das dann irgendwie im Griff haben muss Johann ich sage erstmal danke dass du heute dabei warst wir werden das Ganze noch mal Revue passieren lassen und noch mal überlegen was könnte denn ein neues Thema sein was wir uns raussuchen und wenn ihr Feedback für uns habt und sagt den Teil fand ich reden und gucken mal wo ist irgendwie Verbesserungspotenzial da gibt es ja wie gesagt noch viele Themenfelder die wir uns anschauen können dass das vielleicht ein ganz guter Ansatz ist genau das gleiche ist wenn euch das nicht genug in die Details ging und ihr sagt oh das auf jeden Fall noch tiefer rein dann sagt uns das ich weiß jetzt schon zwei Leute die sich diesbezüglich immer melden das gewichten wir dann gegen die Anderen und dann muss man versuchen so einen Mittelweg zu finden und dann schauen wir ich sage erstmal vielen Dank bleibt gesund und wir verabreden uns und gucken was für Schindler wir das nächste Mal treiben das machen wir ich freue mich drauf bis dann bis zunächst mal